und die batterie ist gleich direkt leer naja mal gucken wie lange das headset damit durchhält wie gesagt ich möchte mich erst mal wieder freuen dass sie etwas gesund bin und ich möchte auch noch nicht oder entschuldigen dass ich nicht gesehen habe wo ich lang muss und zwar jetzt weiß ich wo wir gleich lang müssen nämlich wir wissen jetzt wie es weitergeht wir haben nämlich ich habe ein bisschen geguckt ich gebe es offen und ehrlich zu weil ich hätte sonst nicht herausgefunden wo ich lang müsste ich wollte mir gerade hier sind zwei abgestürzte schiffe du warst nicht der einzige pilot in der fin zu schaffen gemacht hat ich meine besser als ich geht gar nicht ja okay ich wollte mich nur bedanken also du bist wirklich gern geschehen kleiner ich muss weg ich habe zu tun also wir sehen uns also und zwar müssen wir jetzt irgendwie sind einfach baut sein wie es passiert also kann man dann lang ist Ich bin mir mit dem, dass ich hockleisch bin. Doppelsprung, Doppelsprung, schlimm Doppelsprung, wir werden noch mal. Wie ging der nochmal? Ich muss mal kurz nachgucken. Steuerrohr. Macht einfach auf C wie in Schub. Okay, jetzt war es jetzt, oder? R2, weißt du. Oh, scheiße. Nein, wir gehen in der fucking Dock besprochen. Oh, müssen wir das noch erlernen? Wo haben wir denn Militär? Wir haben hier sicher irgendwo so einen Scheiß, äh, Speicherpunkt. Wir müssen irgendwie Doppelschub erlernen, so habe ich das noch im Kopf. Aber man hört, mir geht das auch schon ein klein wenig besser. Wir sind wohl noch husten leer, aber sonst bin ich wieder stark dabei. Kein Speicherpunkt, wir müssen ja irgendwie so den, äh, Doppelfront haben oder so ne Scheiße. Ich weiß auch nicht, wie ich den gerade ausfüllen könnte. Ich weiß nicht, was ich da ausfüllen kann. Ich weiß nicht, was ich da ausfüllen ist. Ich weiß nicht. Was ist das? Wir brauchen dann erstmal so'n Speicher, 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 ne, hieß keiner. Oh, wo sind diese Militären Dingsbums, die sind jetzt in der 10. Da, genau, da haben wir zuhören. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die brauchen mal ein paar Medi-Dinger eher Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Ja. Hier ist aber nichts. Ja. 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 Hi-da. Ja. Wir müssen doch irgendwie hochkommen, aber wie? Ich versteh nicht wie immer. Es ist doch ein Weg da rein geben. Ich probiere hier Sachen aus, sonst glaubst du gar nicht. Wie war denn ein Doppelsprung? Ich hab hier echt keine Ahnung. Ich weiß ja sowieso. Aber den Schub bringt mir sogar selbst nix. Ich komm da nicht mal hoch. WDR, hier rüber! WDR, hier rüber! Ich muss das Ding benutzen. So kann man das machen. Was? Was? Komm wieder her! Was ist das, BD1? Oh, das ist noch ein Skid. Oh, das ist noch ein Skid. Huh, die ich gehört nicht. Wie? Wie, wie, wie wird es headed? Huh, ich rentre keine TypeUNelle. Obden wir uns nicht verloren sind? If was mir…? Ich weiß nicht. noch mal was. Tut mir leid, dass die Folge heute so ist, aber ich mach alles, ich hab's auch gesehen. Oh, der slattert ja nicht mal. Nur gute Sachen, nur gute Sachen. Ja, da kommt man fast noch ein, ey. Hallo, ich hab L1 gedrückt, was willst du? Ey, das ist ein Spiele, die schlechte Laune dir bringt. Ich spür's. Jetzt hüpft er hoch. Du Fridolin. Das ist eher eins. Ja, ich beende gleich die Folge. Ich muss immer nachgucken, wie ich da langkomme, weil ich versteh's nicht. Ich drück alles. Vielleicht der Hafen. Der Hafen ist sicher. Ich schlia's nicht mehr so. Ich schlia's nicht mehr. Ich bin mit dem там weg. Ich bin mit dem quell. Ich bin mit dem Turm. Vor allem, ich kann hier nicht... Hier. Ich kann sich nichts mehr. Das... Ich kann hier nicht... da kann ich nicht auf. ja wie gesagt ich beende erst mal die folge und schaue dann erst mal kurz wie ich hier lang komme und ja wir sehen uns dann gleich wieder tschau mit v